Schloss Zettner La Brahm ist ein Bildungs- und Veranstaltungszentrum und bietet für Seminare, Workshops, Events die perfekte Location. So gibt es am Jahresbeginn das bekannte Neujahrskonzert. Es geht dann im Juni immer hier im Schloss Innenhof die Sommeroperette zu feiern. In acht Vorstellungen finden hier immer tolle Aufführungen statt. Den Jahresabschluss bildet jedes Jahr der bekannte Weihnachtsmarkt im gesamten Areal. Es ist ein Kunsthandwerksmarkt mit ungefähr 70 Aussteller und es sind wirklich ausgewählte Aussteller. Also wir schauen ganz genau drauf, ob es echtes Handwerk ist. Kundenempfänge, Firmen und Weihnachtsfeiern mit mehrgängigen Menüs oder Buffets mit regionalen, Köstlichkeiten im historischen Freskensaal oder im geräumigen Foyer für bis zu 300 Gäste. Das Schloss Zell ist der ideale Veranstaltungsort für Ihr Event.